Hey, Olter! Hey, Olter, hast du schon gesehen, die Kinder von deinem eigenen Nachbarn kriege ich die nichts zu essen? Die sind so klein wie ich die kleine Pürinäen. Pürinäen? Ja. Pürinäen, das ist ein Gebirge zwischen Spanien und Frankreich. Du meinst wahrscheinlich Big-Man. Was? Nein, nein, Big-Man ist ja die kleine Bucht auf die Haut, wo's man braun dann wird. Wo man braun wird, das sind Pigmente. Hey, Olter, hör zu mich. Pigmente, ihr wissen, ist Papier, wo man kann schreiben drauf. Das ist wiederum Pergament. Na, 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 na. Das ist nicht stimmen. Du nichts falsch sagen. Ich habe gefragt bei Zeitung Legionär. Legionär? Ja. Also? Du meinst wahrscheinlich den Redakteur oder vielleicht den Lektor. Hector. Na, na, na. Nichts, Hector. War Grieche mit Schwert. Na, go klatschen jetz. Das war Hector. Geh, 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 du immer so gscheit. Du, i machen jetzt lernen sprechen in deutscher Kurs. Und dann, wir beide machen ein Duett. Duett? Du meinst wahrscheinlich ein Duell. Na, oelter Herzog. Duell isse die schwarze runde Loch im Berg, wo Zug fahren durchi. Das schwarze Loch, wo der Zug durchfährt, heißt Tunnel. Was? Jetzt hör du einmal zu. Jo. Ich werd dir jetzt was sagen. Jo. Pass genau auf. Jo. Und du musst mir sagen, was damit gemeint ist. Jo. Verstehst du? Jo. Okay? Jo. Pass auf. Jo. Ich gehe. Gehst du schon? Wo ist so klasse mit dir da? Du sollst aufpassen. Jo. Hör zu. Jo. Ich gehe. Jo. Du gehst. Jo. 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 Da bleibst du. Noch einmal. Pass auf. Es ist schwierig. Ich gehe. Du gehst. Ihr geht. Wir gehen. Was bedeutet das? Ah, ich wissen. Das alle sind fort. Passt nix. Hey, Alter. Weißt du, was mich gestern passiert ist? Mir, wenn schon. Was? Mir Dativ. Du Dativ? Klaas, im Urrat. Servus. Dativ. Weißt du, was mich gestern passiert ist? Mir Dativ. Weißt du, was mir gestern passiert ist? Weißt du, was mir gestern passiert ist? Nein, nein, nein. Hör mal du zu, was ich dich erzähle. Meine Freund, die Ali, hat gesagt, deine Freundin beträgt dich mit mich. Was? Mir Dativ. Deine Freundin betrügt dich mit mir. Was? Mit dich auch. Dativ, du. Ach, du. Leckerer, du.